Das passiert Das passiert Das passiert Das passiert Stefan ist heute hier ist Alois Spieler vom Wilfersdorf und Groß-Hardold Er ist sehr bekannt Edin vom Mistenboch Christoph auch schon ein bekannt Und der Stano ist heute hier in der Lieferingszimmer, das ist ein Unverderiger, das brauchen wir noch. Zur neuen Saison mit der Räner und der Roma-Weine. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020